Sportlich, sportlich, Brigitte. Die französische First Lady setzt in ihrem Urlaub eher auf Fitnessprogramm statt auf entspannt am Pool liegen. In ihrem Urlaub an der Côte d'Azur in Südfrankreich zeigt sich die 65-Jährige erst ganz ungewohnt auf dem Jetski und nun auch noch auf dem Fahrrad. Im sportlichen Look, begleitet von zwei Bodyguards, cruist die Première Dame durch Bormle Mimosa an der Mittelmeerküste. Zeigt sich Brigitte sonst schick und elegant, sieht man sie hier in knapper Sportshorts und in einem Schlabbershirt. Ein Look, den man so nicht von ihr kennt, der sich aber durchaus sehen lassen kann. Besonders ihre durchtrainierten Beine sind ein absoluter Blickfang. Doch auch hier ist Brigitte wieder ohne ihren Emmanuel unterwegs. Der französische Präsident muss seinen Pflichten nachgehen. Doch dass seine Frau sich auch alleine zu beschäftigen weiß, zeigt die 65-Jährige hier eindeutig. Selbst im Urlaub lässt es sich Brigitte nicht nehmen, Interviews zu geben und sammelt damit noch einmal mehr Sympathiepunkte. Und vielleicht ist ja auch ihr Liebster Emmanuel beim nächsten sportlichen Ausflug an ihrer Seite.